Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen täglichen Zwischenstand. Heute haben wir mit unserem Service erstmals die Marke von 50 Einheiten durchbrochen. Wir stehen aktuell bei 518,30 Euro Profit. Und herzlichen Glückwunsch an alle, die dabei schon hier mit dabei sind und ähnliche Erfolge mit uns feiern. Und heute gibt es natürlich wieder mal die Darstellung und die Abrechnung, wo wir stehen. Und los geht's. Werfen wir wieder einen Blick auf unser Wettjournal. Hier sind wieder die ausgewerteten Wetten, die man sich euch dann immer im geschlossenen Mitgliederbereich übermittelt habe. Hier siehst du dann auf deiner Seite das Datum, wer gegen wen gespielt hat. Du siehst dann hier den Tipp, dann das jeweilige Ergebnis dazu. Dann siehst du, dass diese Wettanbieter, die was ich hier zeige, auch in Deutschland auf der Whitelist oben stehen, wann ich die GGL-Abfrage gemacht habe, wann der GGL-Stand war, wo ich die Abfrage gemacht habe. Und hier sehen wir dann den Wettanbieter, wie der Status war mit gewonnen und verloren, die Quote, was wir gespielt haben. Wie wahrscheinlich diese Situation eintritt, dann die Ableitung von der Wahrscheinlichkeit, wo die faire Quote dann liegt und wie hoch unser Value-Gehalt dann ist. Und hier sehen wir dann zum Beispiel die Einsätze, das sind immer mit 10 Euro. Immer ein flacher Einsatz, ohne eine Progression oder sonstiges. Und dann auch, was mein Erwartungswert ist, also wie viel ich mit jeder Wette mir erwarten kann an Zugewinn. Hier haben wir dann die auflaufende Summe, was eben der Erwartungswert ist. Jetzt sind wir jetzt bei 266,20, was ich erwarten darf. Und aktuell stehen wir bei einem Profit von 518,30 Euro. Wenn wir uns das Diagramm anschauen, schaut das so aus. Wir sehen es da hier wieder, wir haben wieder einen neuen Höchststand im Vergleich zum vorigen Video. Und das Allerhöchste, was wir gehabt haben hier schon, war eben hier 538,30 Euro. Und jetzt zum Zeitpunkt, wo ich das Video erstelle, stehen wir bei 518,30 Euro. Das, was das Blaue hier ist, ist der Erwartungswert. Hier sollten wir eigentlich stehen. Somit haben wir hier immer noch eine Überperformance. Und das sehen wir zum Beispiel dann auch hier. Hier sehen wir in diesem Bereich, wie viele Wetten habe ich gewonnen, wie viele Wetten habe ich verloren. Dann das Retour, dass ich hier drei Wetten Retour bekommen habe, wo ich einen Einsatz zurückbekommen habe. Siehst du auch hier, dass sich das Verhältnis jetzt ziemlich gleich gehalten hat. Wir haben jetzt wieder knapp 60% aller Wetten, die wir verlieren und knapp 40% aller Wetten, die wir gewinnen. Was wir hier sehen, ist dann der Gewinn und Verlust pro Schnitt. Das heißt, 26,01 Euro gewinnen wir im Durchschnitt. 10 Euro verlieren wir im Durchschnitt, weil man ein gleicher Einsatz ist. Dann haben wir hier das Wertvolumen abgerechnet, sind 1240 Euro. Das G und V sind 518,30 Euro. Unser Yield in Bezug auf das Wertvolumen abgerechnet sind 41,8%. Also immer noch astronomisch hoch. Dann der Erwartungswert liegt bei 266,20 und das Yield vom Erwartungswert ist 21,47%. Wenn wir jetzt da wiederum diese Werte, das heißt diese 48 zu 26,01 und diese 73 zu minus 10 in den Hypothesentest eingehen, dann schauen wir mal, wie gut unsere Strategie sich entwickelt. Hier siehst du übrigens den Mitgliederbereich von der Sportsbetting Academy, wenn du das alles auch nachspielen möchtest und lernen möchtest, wie ich das mache, wie das Ganze funktioniert. Unterhalb vom Video findest du einen Link zu den jeweiligen Masterzugängen. Wir haben einen Masterzugang für Deutschland. Das sind für alle Teilnehmer, die aus Deutschland kommen. Dann haben wir einen Masterzugang in Österreich. Ich habe in Österreich getauft. Da können alle mitmachen außerhalb von Deutschland, die Deutsch sprechen. Und dann haben wir noch einen Masteraccess in English. Der baut sich jetzt gerade parallel auf. Das heißt, wenn du das auf Englisch alles dann erleben möchtest, dann brauchst du diesen Zugang. Und hier sind dann eben auch diese ganzen Rechner mit inkludiert. Und hier schauen wir uns einmal an, die Suche nach dem Heiligen Kral. Das heißt, wenn wir hier drauf gehen, können wir jetzt da wieder hergehen und diese Informationen hier eintragen. Wir könnten jetzt sagen, wir haben 48 Gewinner. Im Durchschnitt gewinnen wir 26,01 Euro. Und wir haben 73 Verlierer und verlieren hier 10 Euro. Jetzt sehen wir hier schon, dass dieser Hypothesentest durchgeführt wird. Wir sind hier nach wie vor in dieser dunkelgrünen Zone hier herinnen. Und auch hier sehen wir, das heißt, wir baut nötigen 154 Trades. Das ist gar nicht mehr so viel, ja. Jetzt sind wir bei 121. Wenn wir 154 in diesem Verhältnis haben, dann wandert dieser Pfeil hier in diese blaue Zone. Und dann sprechen wir, dass du eine so gute Evidenz hast, dass du eben hier eine Bestätigung auch hast aus mathematischer Sicht, dass genau das, was du hier als Handlungsschritt ausübst, nachweisbar einen mathematischen Vorteil auch hat und eben eine sehr gute Evidenz, eine ausgezeichnete Evidenz hat in der Mathematik. Und somit können wir uns dann eben auf diese Vorgehensweise verlassen und konzentrieren drauf. Das heißt, auch wenn wir es mal verlieren, wissen wir einfach, solange dieser Pfeil hier in die blaue Zone wandert, mit diesen Daten, die wir oben eingegeben haben, dass wir hier mathematisch gesehen eine perfekte Evidenz haben. Wir können hier unten dann auch wieder eine sogenannte Monte Carlo Simulation durchführen. Schauen wir uns das wieder mal an. Jetzt sehen wir auch hier schon wieder, dass eben so im Durchschnitt eben zwischen 9 und 10 Einheiten einfach ein durchschnittlicher Drawdown ist. Der maximale Drawdown, jetzt da hier sind 311 Euro und die beste Performance wäre hier 1274, wo wir schon stehen könnten. Die schlechteste Performance ist jetzt da minus 165,71, das wäre die hier. Und dann haben wir auch hier die längste Gewinn- und die längste Verlustserie. Das Ziel muss es eben sein, dass diese schlechteste Performance hier, diese hier, dann auch in diese grüne Zone wandert. Dann haben wir eben die absolute Gewissheit, auch wenn es jetzt ganz blöd laufen sollte von der Varianz her, dass wir hier trotzdem im Plus dann abschneiden werden, schlussendlich, je größer die Stichprobe ist. Und das gibt uns auch wieder ein besseres Gefühl und Verständnis darüber, was kann ich mir denn als Gewinn- und Verlustserie hier erwarten mit diesen Quoten, die ich spiele. Und da sehen wir halt 14 ist die längste Gewinn-Serie und 29 ist die längste Verlustserie, was jetzt da hier 10.000 Mal simuliert wurde. Und das soll uns einfach ein besseres Verständnis und Gefühl auch geben, wenn wir zum Beispiel einen Drawdown haben, dass wir dann nicht die Strategie aufhören zu bespielen. Das heißt, dass ich mich halt an dieses Konzept diszipliniert daran halte. Ja, jetzt wünsche ich dir wieder maximalen Erfolg mit den neuen Tipps von heute. Wenn du dazu Fragen hast, schreibe mir eine E-Mail oder auch gern einen Kommentar unterhalb von diesem Video. Ich gratuliere jeden Einzelnen von euch recht herzlich, der das Vertrauen in uns schon gesteckt hat, der das nachspielt. Ich weiß, dass es eben hier möglicherweise Wettsituationen geben kann, wenn ich das raussuche, dass sich die Quote zum Beispiel verändert. Bis dorthin, bis du das zum Beispiel wahrnimmst, dann musst du wirklich schauen, wo ich dir die faire Quote vermittle. Das heißt, du kriegst ja auch die Information von mir, welche Quote ist denn fair. Und wenn die Quote dann von dem Buchmacher noch über diesem fairen Wert liegt, okay, dann kannst du es noch spielen. Wenn jetzt aber die Quote unter diesem fairen Wert liegt, dann darfst du es nicht mehr spielen. Und es kann auch sein, dass ich eben durch die Recherche hin und wieder vielleicht einmal Spiele dabei habe, die vielleicht in Deutschland jetzt gar nicht gehen. Das ist auch noch so ein Prozess, wo ich mich jetzt herantaste, welche Spiele gehen in Deutschland und welche gehen nicht. Das sind zum Beispiel so, was habe ich gehört, Russlandspiele und so Sachen, die gehen zum Beispiel nicht. Also schreibt es mir das auch bitte immer wieder gerne, weil ich suche das von Österreich aus. Und dann kann ich auf das Rücksicht nehmen. Dann werden wir eben hier schauen, dass ich eben diese Spiele zum Beispiel dann nicht drinnen habe. Aber ich glaube, die meisten, weil ich kriege jeden Tag von mir zehn Tipps, aber die meisten, die, was ich euch schicke, die könnt ihr ganz normal nachspielen. Was war auch noch so eine coole Frage? Eine gute Frage war zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Wette oder mehrere Wetten zum Beispiel an meinem einen Tag nicht spiele, ob ich dann die anderen spielen soll. Grundsätzlich immer ja, weil jede einzelne Wette eben einen mathematischen Vorteil hat. Und somit ist es zwar von der Darstellung her ein bisschen anders als wie bei mir. Das heißt, du hast dann vielleicht jetzt noch nicht diese 500, 830, sondern vielleicht weniger. Aber overall, also über die gesamte Anzahl an Wetten, die, was du dann hier spielst, die, was du auch bespielst dann in Semmer, soll dann trotzdem eben hier dir diesen Profit dann einbringen. Das heißt auch ganz logisch, dass du gewonnen und verlorene Wetten hast. Das ist ganz normal, aber eben die, die was eben gewinnen, refinanzieren die Verluste plus eben dann dementsprechend deinen Gewinn. Also wenn du auch dazu Fragen hast, dann kannst du auch gerne zu mir eben ins Live-Coaching-Programm kommen. Das haben wir immer am Mittwoch für Teilnehmer aus Deutschland und immer am Sonntag für Teilnehmer aus Österreich oder außerhalb von Deutschland, sagen wir mal so auf Deutsch, wo ich dir das dann alles live zeige. Und gleich auch für heute eine Ankündigung. Heute haben wir eine Premiere am Abend. Heute haben wir wieder Live-Coaching in Österreich. Das ist auf Deutsch. Wir haben eine neue Entwicklung gehabt, jetzt da. Ich zeige euch das einmal ganz kurz noch hier. Und zwar, alle, die, was jetzt da schon den Master-Zugang haben, die werden sich jetzt dann freuen. Es wird dann hier unten, ihr seht ihr schon, das ist noch in der Beta-Phase, wir werden das dann heute uns anschauen. Und es wird dann auch ein eigenes Video dazugeben, dann auf YouTube. Wir haben jetzt da hier ein Wettjournal entwickelt, das hier alle Stücke spielt. Dieses Wettjournal brauchst du, um eben deine ganzen Wetten aufzuzeichnen. Und da war zum Beispiel ein großer Wunsch von vielen, die haben zu mir gesagt, boah Daniel, wir haben jetzt schon einmal so ein Wettjournal auf Excel-Ebene gehabt. Ja, ich würde hier gerne mehr als 15 Buchmacher haben. Jetzt kannst du hier zum Beispiel bei den Buchmachern so viele Buchmacher anlegen, wie du möchtest. Es gibt hier keine Einschränkung mehr. Dann dieses Wettjournal. Ich zeige dir mal hier ein paar Funktionen an, aber ich sage, ich werde dann noch ein eigenes Video machen. Aber nur, dass du es einmal siehst. Ich kann jetzt zum Beispiel hier bei den Buchmachern hergehen und sage jetzt hier einmal Plus. Dann kann ich hier zum Beispiel reinschreiben, Bet365. Kann ich auch eintragen, hat der jetzt eine Wettsteuer oder nicht. Dann kann ich hier auswählen, ist das ein Buchmacher oder eine, zum Beispiel Exchange steht für Wettbörsen. Dann haben wir hier eine Buchmacher-Ampel entwickelt. Grün heißt alles wunderbar. Das heißt, du kannst hier ganz normal spielen. Gelb könntest du dann markieren, boah, ich bin schon limitiert worden. Das heißt, ich kann nur noch mit weniger Einsätzen spielen. Dann wird dir hier anders farblich dargestellt. Rot heißt, ich bin schon gesperrt und ich kann keine einzige Wette mehr platzieren. Der Buchmacher hat mich ausgeschlossen aus seinem Angebot. Das ist zum Beispiel dann später entscheidend und wichtig, wenn du zum Beispiel dann hier die Wetten einträgst, dass du dann eben hier die, was du über gesperrt und schon so ausgeschlossen wurdest, eben gar nicht mehr zur Auswahl dann hast. Dann kann ich zum Beispiel hier eben wieder hinzufügen, den nächsten, das wäre zum Beispiel Neobet. Könnte ich dann hier so reinschreiben. Wenn ich jetzt eine Wettsteuer habe, kann ich zum Beispiel hier dazuschreiben, ich habe zum Beispiel 5,3% Wettsteuer. Dann haben wir zum Beispiel hier Merkursport oder Cashpoint heißen sie in Österreich, die stehen auf der Weitlist oben. Wen haben wir noch? Können wir noch ein Plus hinzufügen? Da könnte man jetzt das sagen. Tipico zum Beispiel, könnte man auch dazunehmen. Und das ist schon, ich kann jetzt da jedes Mal, wenn ich so das Plus klicke, kann ich jetzt einen Wettanbeter nach den anderen dazunehmen. Da gibt es jetzt keine Grenze, du kannst jetzt hunderte Wettanbeter hier, wenn du zum Beispiel hier dabei bist. Oder in Deutschland gibt es ja gut 30 Wettanbeter, die was auf der Weitlist oben stehen. Das heißt, du könntest die hier alle zum Beispiel einmal dann einfügen. Dann kann ich hier unter Kontobewegungen dann sagen, okay, jetzt mache ich eine Einzahlung bei einem Buchmacher. Jetzt können wir das mit dem Datum zum Beispiel definieren. Dann, welcher Buchmacher das ist, zum Beispiel bei 365 zahle ich jetzt zum Beispiel 100 Euro ein. Dann kann ich hier zum Beispiel sagen, hey, bei 365 habe ich zum Beispiel einen Willkommensbonus bekommen. Dann kann ich hier auf Bonus klicken. Das heißt, auch das berücksichtigt dann dieses Tool. Dann kann ich jetzt hier sagen, kriege ich 100 Euro Bonus. Das wird dann hier oben auch sofort dann dargestellt mit einem Bonus. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, jetzt habe ich hier den nächsten Buchmacher, wo ich zum Beispiel dann hier sage, Neopet habe ich jetzt da, zum Beispiel 50 Euro einbezahlt. Dann haben wir hier den nächsten Buchmacher, da haben wir jetzt da Cashpoints. Hier haben wir zum Beispiel auch 100 Euro einbezahlt. Und dann haben wir hier zum Beispiel dann den nächsten Buchmacher mit Tipico, da haben wir zum Beispiel jetzt da 60 Euro einbezahlt. Dann sehen wir halt hier unter dem Buchmacher auch sofort, wie ist mein Kontostand. Bei dem jeweiligen Kontostand ist jetzt zum Beispiel hier 60 Euro. Hier haben wir bei Cashpoint 100 Euro. Hier haben wir 50 Euro. Hier haben wir 200 Euro. Hier sehen wir auch, dass ich einen Bonus bekommen habe. Und jetzt kann ich zum Beispiel dann hergehen unter den Wetten, kann ich jetzt da hier auf Plus draufkicken und dann dementsprechend diese Wetten, die was ich jetzt spiele, hier eintragen. Also auch zum Beispiel von dem Wettservice, was ich jetzt hier habe, das Tip-Service da mit diesen Value-Wetten, wird dann hier im Journal jetzt da dann, beim nächsten Mal dann schon dargestellt. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel dann eingeben, wann das Spiel ist, von der Uhrzeit her und so weiter. Und jetzt kann ich sagen, hier spielt A gegen B. A gegen B. Und die Sportart ist jetzt zum Beispiel Fußball. Dann kann ich hier jetzt auswählen, wer hat Buchmacher. Das ist zum Beispiel bei 365. Dann kann ich hier sagen, was für ein Markt. Das ist bei Over-Ander 2,5. Den Tipp, was ich gespielt habe, war Under 2,5. Dann kann ich zum Beispiel eines machen, dass ich hier oben, da steht jetzt Einzelwette. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich nach einem herausfinden möchte, so wie wir das jetzt machen mit diesen Value-Wetten, könnte ich hier auf diesen Diamanten draufklicken. Dann wird das hier als Value-Einzelwette dargestellt. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, kriegst du zum Beispiel die Information, dass die Quote beim Buchmacher, jetzt in dem Fall bei 365 zum Beispiel, 2,5 ist. Und die Eintrittswahrscheinlichkeit ist jetzt da zum Beispiel 45 Prozent, jetzt als Beispiel. Dann rechnet uns hier die faire Wettquote aus. Die ist jetzt 2,222. Dann sehen wir auch hier, wie hoch ist unser Value-Gehalt dann in dieser Wette. Ich kann jetzt dann hier sagen, okay, da spiele ich jetzt zum Beispiel zu 10 Euro. Dann wird das hier auch schon berücksichtigt, dass wir jetzt eine offene Wette haben. Die Gesamteinsätze sind jetzt offen 10 Euro. Und wie viel ist gebunden? Das heißt, 400 Euro haben wir jetzt noch frei. 10 Euro sind gebunden. Und jetzt kann ich zum Beispiel die nächste Wette eintragen. Jetzt kann ich hier wieder sagen, Value. Einzelwette schalte ich ein. Dann habe ich hier jetzt da Spiel C gegen D. Dann haben wir hier zum Beispiel Eishockey. Und dann haben wir hier den Buchmacher, zum Beispiel Neobet. Markt haben wir jetzt da zum Beispiel Sieg. Dann haben wir hier zum Beispiel Typ 1. Das sehen wir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Wettsteuer habe. Dann wird das hier schon berücksichtigt mit 5,3%. Sehen wir an, die Quote ist hier 2,4%. Die Chance, ich kann entweder die faire Quote auch eingeben. Das heißt, wenn ich vorher die faire Quote ermittle, könnte ich sagen, die faire Quote ist 2,2%. Dann wandelt er uns das in eine Eintrittswahrscheinlichkeit um. Das sind 45,45%. Und jetzt sehen wir auch hier unseren Value-Gehalt. Zum Beispiel noch 3%. Ich sage jetzt da hier 10 Euro wieder Einsatz. Dann kann ich die nächste Wette spielen. So wie hier. A, B, C, D, E gegen F und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt da das hier dann selber aufbauen. Dann gehe ich hier auf DIP-Code zum Beispiel. Dann haben wir hier wieder Sieg. DIP-2. Quote, was ich jetzt da hier, ist schwer angeboten, 3,5. 3,5, die Chance ist zum Beispiel 30%. Dann sehen wir hier wieder, das wäre die faire Quote. Der Value-Gehalt ist 5%. Und dann haben wir hier zum Beispiel wieder 10 Euro Einsatz. Das Ganze kann ich natürlich dann auch alles speichern. Ich kann das dann herunter speichern. Das ist auch wichtig, dass man das immer wieder speichert, weil wenn ich die Seite dann zumache, dann verschwindet das hier wieder alles. Somit muss ich das dann auch regelmäßig speichern. Kann das dann auch wieder jederzeit dann hereinladen und dann an diesem Journal weiterarbeiten. Und dann kann ich auch hier bei den Auswertungen, könnte ich jetzt da hier auf Value-Wetten gehen. Wenn ich das jetzt alles eingetragen habe, dann sehen wir hier unter Buchmacher schon einmal wieder, dass die Einsätze dann auch offen sind, zum Beispiel bei denen wir was gespielt haben. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier bei den Wetten sagen, nachdem die Wetten abgeschlossen waren, sagen wir mal, die Wette war richtig, mache ich hier grünen Haken, also das Grün. Sehen wir auch, was mein Erwartungswert war in dieser Wette, 1,25 Euro. Nehmen wir mal an, die Wette ist auch grün, die hat auch gewonnen. Und zum Beispiel die Wette hat verloren, dann wird das Rot hinterlegt. Und dann sehen wir hier auch, was unser Kontostand aktuell ist, was unser Yield ist zum Beispiel. Wir können dann auch hier auf Auswertungen dann gehen, das ist dann super spannend. Wir können jetzt da hier zum Beispiel sagen, bei Value-Wetten, wenn wir das Value-Wetten auswählen, dass diese orange Linie, das ist jetzt, was unser Erwartungswert ist finanziell. Dann das Blaue ist das, was die Realität dann ist, wo wir dann stehen. Das wird dann, wenn viele Wetten sind, halt super, super spannend werden. Wir sehen dann oben auch, wie viele Wetten haben wir gewonnen, wie viele Wetten haben wir verloren, was ist unsere durchschnittliche Quote, die wir gespielt haben, was wäre fair, um break-even zu sein von der durchschnittlichen Quote her. Das ist dann auch aussagekräftiger, wenn wir eben viele, viele Wetten haben. Wie groß ist unsere Trefferquote, was wäre die faire Trefferquote, um break-even zu sein, wie viel gewinnen wir im Durchschnitt, wie viel verlieren wir im Durchschnitt, was haben wir für einen Profit, 17,73 zum Beispiel, jetzt in diesem Übungsbeispiel. Wo sollte eigentlich der Profit sein, 2,08 und dann sehen wir auch, was ist unser Yield, das tatsächliche Yield von der Wirklichkeit her und wie groß ist das Yield eigentlich von unserem Erwartungswert her. Und ja, das ist alles. Werde ich natürlich dann noch einmal in einem eigenen Video dann erklären, aber das alles wartet hier jetzt da zusätzlich zu allem, was wir schon hier haben, bei uns in der Sportsbetting Academy auf dich, alles in Masterzugang inkludiert. Ja, das heißt, ich kann da halt, wenn du das wirklich alles haben möchtest, nur empfehlen, zu diesem unglaublichen Preis, was wir hier haben, und der wird sich sicherlich in der Zukunft dann nach oben hin noch anpassen, kann ich dir nur empfehlen, jetzt diesen Masterzugang dir zu sichern, weil wenn du das zum Beispiel jetzt sicherst für dich, egal in welcher Form du es monatlich nimmst, halbjährlich nimmst, jährlich nimmst zum Beispiel, wenn du diesen Preis jetzt hast, den, was wir jetzt da hier haben, dann wird der auch zum Beispiel in einem Jahr noch oder in zwei Jahren oder in drei Jahren, solange du dieses Abo-Nemont für dich abgeschlossen hast, weil wir haben ja das über ein Abo, wirst du diesen Preis haben. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel später den Preis dann erhöhen, dann zahlst du später einen höheren Preis. Und du siehst jetzt allein schon, aktuell kostet bitte der Masterzugang 99 Euro im Monat für alles, was du hier bekommst. Allein das Service jetzt da innerhalb von den ersten zwei Wochen hat schon über 500 Euro Profit generiert. Das heißt, es ist ein absoluter No-Brainer. Das heißt, wenn du dieses Wissen und das, was ich dir zeige, anwendest, wirst du das über die Wettgewinne ganz einfach finanzieren können. Also in diesem Sinne nutze heute noch die Chance, dass du unterhalb von diesem Video dir diesen Zugang sicherst, bevor der Preis dann später angehoben wird und du mehr bezahlst dann für den gleichen Zugang. In diesem Sinne hat es mich wieder gefreut. Ich wünsche euch allen jetzt weiterhin viel Spaß und viel Erfolg mit den neuen Tipps von heute. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Bis morgen. Ciao.